Hallo und herzlich willkommen zum aller aller letzten Türchen aus dem Adventskalendrio 2022. Wir sind angekommen bei Türchen Nummero 31 und StarCard hat uns ja etwas Großes und Episches versprochen im Special-mäßigen letzten Türchen in diesem dicken, riesigen Paket in Türchen Nummero 31. Wir können gespannt sein, was uns erwartet, was wir in Türchen 31 so bekommen und das ist, wir hatten recht, es ist nicht nur die Himmelslaterne aus Kunstfell, wir haben auch noch Himmelslaternen bekommen, die sind auch noch mit reingekommen, also wir haben quasi die Decke, wie wir erwartet haben, es sind wirklich zwei Decken gewesen, ja, zwei Halfter, Oberteile, es ist also wirklich eigentlich, wie wir erwartet haben, wir haben zwei Sachen von sehr zufällig zusammengewürfelten Gegenständen bekommen, insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir insgesamt jetzt 38 Wintermarken bekommen im Kalender, dazu 300 StarCoins, ein paar Schillinge, Pferderfahrung für Level bis Level 3 und Spielererfahrung gab es auch nochmal, glaube ich, minimal was dazu, zweimal Hufeisen, aber ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt so diese Special-Decke, also, ich hätte jetzt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, also für das groß angekündigte letzte Goodie, war es jetzt eigentlich nur eine Satteldecke und zwei Himmelslaternen und, also, ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn StarCamp das nicht so groß getönt hätte, aber das ist jetzt für das große Aufgebäume, war es dann doch ein wenig meh, aber, letztes Türchen, auf jeden Fall gibt es dazu noch ein Fazit und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und wenn wir uns nicht mehr sehen, dann schon mal ein frohes neues Jahr euch allen, bis dann, ciao ciao!